Ich möchte dir in diesem Video noch einen kurzen Überblick über den Aufbau des Kurses geben. Wir starten mit einem Kapitel über ganz allgemeine Dinge, die du wissen solltest, wenn du Akupressur zur Selbstbehandlung anwenden möchtest. Dabei geht es zum einen um die Grundlagen, zu denen zum Beispiel die Wirkungsweise der Akupressur oder die Technik gehören. Aber auch die Möglichkeiten und Grenzen der Akupressur in der Eigenbehandlung sind ein Thema. Im nächsten Kapitel geht es um die Meridiane, die Energiebahnen, die unseren Körper durchziehen. Du lernst alle 14 Meridiane kennen. Dann lernst du 10 Akupressurpunkte kennen, die sehr vielfältige Einsatzbereiche haben. In einem weiteren Kapitel stelle ich dir Akupressur-Konzepte vor für typische Probleme, die im Läuferalltag immer wieder vorkommen können. Den Abschluss bildet eine Akupressurpunkte Datenbank, die alle im Kurs genannten Akupressurpunkte enthält. Dort kannst du jeden einzelnen Punkt noch einmal nachsehen und rekapitulieren. Nun starten wir mit dem ersten Kapitel und tauchen gemeinsam ein in die Welt der Akupressur. Kapitel und tauchen province Trip trucks 3 Kapitel sein